Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Ereignis, bei dem man heute noch direkt in Aktion treten sollte, wirklich heute noch, direkt wenn man es sieht, wenn man Einfluss auf unser aller Zukunft nehmen möchte. Ich spreche mit Frau Schulz-Brons und Herrn Dr. Philipp Lengsfeld von der Bundesliste Aktionsbündnis Demokratie. Erstmal herzlich willkommen. Vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr gerne. Das ist ja jetzt eine sehr kurzfristige Sache und wir wollen auch, dass die Leute sehr kurzfristig noch in Aktion treten, fast schon spontan, wenn man so meint. Warum ist die kommende Europawahl jetzt im Juni so wichtig geworden? Soll ich mal starten? Sehr gerne. Hier werden die Weichen für die nächsten fünf Jahre in Europa gestellt. Wir sind mitten in der Krise. Deutschland ist in der Krise. Europa ist in der Krise. Es ist das wichtigste Parlament des Kontinents. Man kann es eigentlich nicht überbetonen, wie wichtig diese Europawahl ist, auch in den Signalen für die kommenden Landtagswahlen und natürlich die Bundestagswahl nächstes Jahr. Insofern aus unserer Sicht extrem wichtige Wahl und wir wollen den Wettbewerb anschärfen. Wir wollen mitmischen. vielleicht mal die meisten Leute haben ja sicher schon mitbekommen, dass vieles, was entschieden wird, eben nicht mehr in durch alleine die heimische Regierung entschieden wird, sondern denen so wirkt es zunehmend die Hände gebunden sind, sondern die Befehle wollte ich fast schon sagen. Aber die Entscheidungen kommen oftmals aus Brüssel. Wie wollen Sie da direkt darauf Einfluss nehmen? Jeder einzelne als Parlamentarier hat ja die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die ganzen Thematiken, die dort vorherrschen. Ich bin ja gerade im Thema Landwirtschaft und ländlicher Raum stark unterwegs durch mein Ehrenamt bei Landschaftsverbindung und habe die letzten 20 Jahre halt miterleben dürfen, wie groß der Einfluss europäischer Politik auf deutsche Landwirtschaft ist, wie die Kollegen im Endeffekt immer mehr dazu drangsaliert werden, eigentlich nicht mehr frei arbeiten zu können, ihren Job zu machen, was eigentlich für uns alle essentiell ist, weil jeden Tag dreimal dürfen wir auf den Teller gucken und wissen eigentlich, dass die Bauern dafür zuständig sind, dass wir was zu essen haben. Stimme ich zu 100 Prozent zu. Wir sehen das ja auch gerade an den Protesten. Wir sehen auch mit welcher Härte, die beispielsweise in Belgien geführt werden. Das ist ja Kinderfasching, was wir hier haben. Also wenn sich da manche aus dem politischen Raum schon beschweren, das wäre irgendwie radikal. Das ist nichts im Vergleich zu wie die Schlepper, die dort durch die Barrieren fahren und alles in Gülle beschmieren dort. Ob angebracht oder nicht, das sei jedem selbst überlassen. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir weiterhin eine heimische Landwirtschaft haben, denn die Leute sagen immer, ja wir wollen es ja selbst aus der eigenen Landwirtschaft beziehen und nicht von multinationalen Großkonzernen unsere Nahrung beziehen und das ist genau der Punkt, wofür wir uns jetzt einsetzen müssen. Es gibt ja bei der Europawahl keine Fünf-Prozent-Hürde, wie es das beispielsweise bei uns hier gibt. Was bedeutet das für die Gesamtzahl der Mitglieder oder der Teilnehmer? Also wir haben 100 Europaabgeordnete aus Deutschland und tatsächlich die Ampelunion hat die Fünf-Prozent-Hürde, drei Prozent-Hürde hatten sie in der Diskussion nicht durchgesetzt, wollen sie aber, bei der nächsten Wahl kommt sie. Es gilt nationales Recht auch für die Europawahlen und das ist so ein Mixed Blessing. Also die niedrige Hürde, ein Prozent reicht für einen Abgeordneten, ist eine hohe Versuchung, dass so Ein-Personen-Listen unterwegs sind. Davon gibt es einige. Aktionsbündnis Demokratie gehört definitiv nicht dazu. Unser Anspruch ist ganz klar Richtung drei bis fünf Abgeordnete. Wir haben sechs hochkarätige, würde ich sagen, absolut hochkarätige Leute auf der Liste. Das ist unser Anspruch und vielleicht noch mal zu der vorhergehenden Frage. Zwei Punkte. Ursula von der Leyen will eine zweite Amtszeit. Da wird es um jede Stimme gehen im Europaparlament. Da kann man wirklich Dinge abverhandeln, nicht nur das Verbrennungsmotor aus, aus, also dass wir das wieder rückabwickeln. Früher waren es nur die Strohhalme und die Gurkenkrümmung. Jetzt geht es ja richtig ans Einemachte. Die CO2-Steuer, all die Dinge, die Energiepreise, da geht es wirklich, wirklich um die Wurst. Ursula von der Leyen braucht jede Stimme und die Europaparlamentarier. Wir sind ja da nicht in diesem absolut kontrollierten Setting wie im Bundestag. Koalition, Koalitionsvertrag kann man eigentlich das Parlament für vier Jahre zumachen, weil die können eigentlich ihren Koalitionsvertrag durchlesen und abarbeiten. Und das versuchen die auch immer. In Europa ist das nicht so. Da haben die Einzelparlamentarier, die Berichterstatter, eine unheimliche Bedeutung, wie die Feinaustarierung des letztendlichen Gesetzestextes aussieht. Und da reden wir immer von Millionen und Milliarden Wirkungen bei den einzelnen Gesetzgebungen. Sei es in der Chemie, sei es in dem Lebensmittelrecht, sei es im Sozialrecht, sei es in Migration, haben wir noch gar nicht angesprochen. Insofern geht es wirklich um jeden einzelnen Abgeordneten und seine Themen und die Themen seiner Region oder seines Landes. Wir sprachen vom Parteienprivileg. Was bedeutet das denn ganz genau? Genau. Wenn ich das nochmal aufnehmen darf. Wir haben uns in Deutschland da so ein paar Regeln auferlegt. Ich denke, das kommt alles von 1949. Und eine der Regeln ist, dass im Bundestag und in den meisten Landtagen die Listen nur von Parteien gemäß des deutschen Parteienrechts aufgestellt werden dürfen. Das steht in den Gesetzen drin. Kann man zwar auch ändern mit einfacher Mehrheit, hat aber bis dato noch niemand gemacht. Das gilt für Europa nicht. In Europa, ich denke, das kommt von den anderen Ländern, die ja auch in anderen Dingen schon wesentlich weiter sind, zum Beispiel Digitalisierung, dürfen eben auch andere politische Organisationen, andere politische Spieler außerhalb der dark regulierten deutschen Parteienlandschaft Listen aufstellen. Und das macht das Aktionsbündnis Demokratie. Übrigens in Brandenburg ist das Privileg auch schon gefallen. Ich habe jetzt noch nicht jedes Bundesland durchgeguckt. Aber der Bundestag ist da das hochreglementierteste. Und das geht dann bis runter, dass den Parteien vorgeschrieben wird, wie die Wahlen abzulaufen haben, in welcher Frequenz, die Regelung mit den Geldern und mit den Mitgliedern. Und das ist ja auch das, was dann immer ständig in der Presse ist. Dieser ganze Partei-Hickhack. Ich habe ja 28 Jahre deutsche Parteivereine auf dem Buckel. Und ich kann sagen, das ist für jeden, der da drin ist, nicht nur keine Spaßveranstaltung, sondern wirklich eigentlich eine kollektive Quälerei. Eine kollektive Quälerei, die einen auch immer von der Arbeit abhält. Also es geht da fast nie um Inhalte, fast nie um die Politik, sondern immer Posten, Postenintrigen, Geschacher und Gesetze. Furchtbar. Ja, ich denke, da ist die überbordernde Bürokratie, die wir sonst auch in allen Bereichen haben, quasi in die Politik selbst auch hineingeschwappt und ist dadurch sehr lähmend. Jetzt ist für die meisten Menschen, wenn Sie sagen, okay, die sollen heute in Aktion treten, erstmal wichtig, für was steht denn eigentlich das Aktionsbündnis Demokratie? Okay, Demokratie haben wir jetzt schon gehört, aber verorten Sie sich im Liberalen, im Konservativen, im Linken, eher im rechten Lager. Wie kann man das einschätzen? Für was stehen Sie? Wir sind eigentlich im liberal-konservativen Bereich unterwegs, tatsächlich. Also im rechten Spektrum sicher nicht, aber libertäre Gedankengänge gehen ja immer mehr verloren und durchweg steht diese Gruppe, ob vertreten durch Melissa Krall oder durch Philipp Lengsfeld oder durch David Sieber, für einen sehr liberalen Gedankengang, der uns einfach immer mehr abhanden gekommen ist. Und von daher möglichst wenig Staat, möglichst viel Freiheiten, wenig Bürokratismus. Das ist so unser Antritt, den wir haben. Professionalität und Wettbewerb, Demokratie lebt von Wettbewerb, die Marktwirtschaft lebt von Wettbewerb, auch die ganze Gesellschaft lebt von Wettbewerb, natürlich nach fairen Regeln, absolut und gut in eine gute Richtung gelenkt. Aber was uns unterscheidet von den autokratischen Gesellschaften, ist die Freiheit und der Wettbewerb. Und dafür stehen wir an allererster Stelle. Und vielleicht nochmal als kleines Verständnis. Wir haben ein sehr elaboriertes Bürokratiesystem. Wir haben aber auch sehr starke Freiheitsrechte. Und das Wahlrecht ist das singulär stärkste Freiheitsrecht, was wir haben. Und was wir heute bitten von den Wahlberechtigten, ist die Inanspruchnahme der zweiten Stimme, die unterschätzt ist. Man darf am Tag der Wahl, am 9. Juni, auswählen zwischen den Angeboten, die auf der Wahlliste stehen. Aber mit der Deadline nächsten Montag kann man seine Stimme, seine Unterstützungsstimme einsetzen dafür, dass eine weitere Liste überhaupt auf dem Wahlzettel ist. Und das ist das, was wir gerade machen. Und das ist eigentlich unabhängig davon, ob man die Liste jetzt unbedingt komplett politisch gut findet. Weil man legt sich nicht fest. Man stärkt nur den Wettbewerb. Ja, wir brauchen 4000 Stimmen von bundesweit 60 Millionen Wahlberechtigten. Und das könnten jetzt auch 4000 reine Fans von Michael Schulz-Fors sein oder von mir oder von ABD oder von David Sieber. Aber es könnten auch einfach Leute sein, die sagen, okay, wir haben verstanden, dass es für uns eigentlich besser ist, dass selbst wenn wir uns für die Ampelunion oder für die AfD entscheiden oder für Bündnis Sarah-Wagenknecht es vielleicht trotzdem besser ist, wenn diese Truppe von Aktionsbündnis Demokratie den Wahlkampf anheizt, die Diskussionen um die Inhalte führt und die anderen auch dann dazu bringt, klare Bekenntnisse zu haben. Denn die Entscheidung fällt am 9. Juni, am 18. März, am Montag fällt nur die Entscheidung, wer am Ende auf dem Wahlzettel steht. Und wir sollten... Das ist also der erste Schritt, der auf den Wahlzettel drauf zu kommen. Und das ist auch der Grund, warum wir dieses Video heute machen. Warum habe ich mich darauf reingelassen? Ich bezeichne mich selbst als libertäre Person und bin trotzdem konservativ. Das sind auch keine Widersprüche. Für viele Leute hört sich das ja widersprüchlich an. Es ist überhaupt nicht widersprüchlich. Und deswegen möchte ich das auch ganz klar unterstützen und die Leute auffordern, das heute noch anzugehen. Direkte Frage, wie geht man das heute an? Was muss man jetzt machen? Es sind drei Schritte. Michael, wenn ich sage, sag du es gleich dann auch noch. Also auf die Seite von Aktionsbündnis Demokratie gehen, www.aktionsbündnis-demokratie.de. Dort findet man den Link zu dem Formular, was man braucht, um seine Unterstützerunterschrift leisten zu können. Das druckt man sich aus, vielleicht auch gleich vier, fünf Mal, wenn die Familie, Kollegen oder Freunde auch noch mit unterschreiben wollen, lässt das von den jeweiligen Personen oben den oberen Teil ausfüllen. Schnappt sich das, läuft zur Gemeinde, zum Bürgerbüro und lässt sich das abstempeln. Steckt es in die Post, in unsere Postfächer. Eins gibt es in Salzgitter, eins gibt es in Berlin. Die Adressen stehen auch auf der Homepage drauf und schickt es heute noch los. Damit es dann... Unterschrift, Amtsgang, Postkassen. Drei Schritte. Die sind an einem Tag machbar. Zeitaufwand, eine Stunde. Es ist ein bisschen was verlangt. Andererseits sage ich auch mal, es ist hoffentlich das letzte Mal, dass die Deutschen zu ihrem Wahlamt händisch laufen müssen. Vielleicht genießt man es auch mal. Wir stehen schon für die Digitalisierung. Wir haben extra nachgefragt in Wiesbaden bei der Bundeswahlleitung. Wir dürfen keine qualifizierte elektronische Unterschrift. Es gibt auch keine digitalisierten Prozesse. Deshalb muss das Formular ausgedruckt werden, unterschrieben werden, zum Amt gebracht werden. Da kommt der Gemeindestempel rauf. Damit wird bestätigt, dass die Person sein zweites Stimmrecht im Prinzip wie am Wahltag selber wahrnimmt. Dann brauchen wir das noch zur Post. Denn wir müssen es dann wiederum mit der Postkutsche oder mit dem Flugtaxi, was wir noch nicht haben, nach Wiesbaden bringen. Damit es am Montag 18 Uhr rechtzeitig da ist. Ich denke, was man da sagen kann für die Leute, welche sich jetzt sagen, oh Gott, diese ganzen Schritte, was ich da machen möchte. Wer in Zukunft solche Zustände in der Bananenrepublik Deutschland, die wir jetzt haben, nicht mehr haben möchte, muss jetzt in Aktion treten, damit wir eine andere Zukunft haben. Damit wir in der Digitalisierung nicht mehr eine Wüste sind. Wir alle kennen es ein bisschen wie mit dem Internet. Man weiß sofort, dass man über die deutsche Grenze ist, wenn man kein Netz mehr hat. Und wer diese Zustände verändern möchte, der muss jetzt die Saat legen, um das später ernten zu können. Meine nächste Frage. Denken Sie wirklich, und ich denke, das ist eine Frage, die sich viele Leute jetzt stellen, die sagen, okay, soll ich mir das jetzt ausdrucken und diese Schritte tun? Denken Sie wirklich, dass Sie was verändern können? Demokratie ist ja wie eine gute Beziehung. Demokratie funktioniert nur, wenn man mitarbeitet. Und deswegen ist jeder aufgefordert, der in einer Demokratie leben möchte und das für sich auch in Anspruch nimmt, dass nicht andere das für einen tun, sondern man selber. Ja, das ist ganz wichtig heute. Und die Antwort ist ganz klar, ja. Ich habe mir nochmal einen richtigen kleinen inneren Wutanfall gekriegt, als ich mir nochmal die Zahlen klargemacht habe. 4.000 Leute auf 60 Millionen Wahlberechtigte. Wir haben ja, also die Ampelunion hat ja das Wahlalter auf 16 Jahre abgesenkt. Das heißt, wir haben nochmal mehr Wahlberechtigte. Und davon brauchen wir 4.000 Personen, die diese Mühe, ja, es ist eine Mühe, auf sich nehmen. Aber es geht ja um die nächsten fünf Jahre. Es geht um Deutschlands Zukunft und Europas Zukunft. Und wir können die Ampelunion und die AfD nur unter Druck setzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die da genau rauf gucken. Ja, und die sagen, na, 4.000 Stimmen habt ihr nicht hinbekommen, braucht ihr vielleicht doch eine Partei. Die SPD Berlin hat 18.000 Mitglieder. Ich bin jetzt mal ein bisschen hässlich, weiß nicht, was die den ganzen Tag machen. Aber die SPD Berlin hat 18.000 Mitglieder. Wenn die mal 4.000 Unterschriften zusammen stoppeln müssten für irgendwas, da würden dann ein paar Kreisvorsitzende einmal das Telefon an, ja, den Telefonhörer hochnehmen oder den E-Mail-Verteiler anschmeißen. Das haben wir nicht. Wir haben nur die Macht der Überzeugung. Aber 4.000 Stimmen sind machbar, sind heute machbar, weil jeder Einzelne, wenn einfach auch nur jeder Einzelne sich jetzt mal überlegt, hm, okay, das Ausdrucken, das Unterschreiben ist ja nicht so schwierig, dann brauche ich nur noch, also auch der Gang zum Postkasten ist jetzt nicht so schwierig, dann brauche ich nur noch diesen einen Gang zum Amt. Und ist mir das verkwert? Wir würden sagen, ja. Für die eigene Zukunft. Ich denke, wenn die meisten Leute wissen, um was es geht, mal zwei direkte Fragen. Machterweiterung der Weltgesundheitsorganisation WHO in Europa, wie stehen Sie dazu? Jetzt würde ich wie ein Politiker antworten, da bin ich nicht zuständig. Also, wir haben ein paar Themen, die wir noch nicht komplett ausgeskutiert haben. Ich habe ein paar innovative Ansätze, die ich mir vorstelle, dass wir dann zusammen mit unserem potenziellen Wählern solche Sachen sozusagen refinen. Das wäre jetzt ein Thema. Es gibt ein paar Sachen, wo es nicht eine direkte, abschließende Antwort gibt, aber wir haben bis zum 9. Juni noch eine Menge Zeit, ein paar Sachen richtig auszudiskutieren. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir eine Abstimmung machen über zwei Varianten und dann Unterstützergeld fordern und dann gucken, welche Position eine stärkere Unterstützung findet. Ein Beispiel. Okay. Ich wüsste jetzt niemanden, nicht mal in meinem entfernten Bekanntenkreis, der für eine totalitäre Macht der WHO wäre. Nächste Frage. Verbrennermotor aus oder wie soll es da weitergehen? Natürlich aus für das Aus des Verbrennungsmotors. Natürlich muss diese irre Regelung wie viele andere sofort ausgesetzt werden. Natürlich. Das ist überhaupt keine Frage. Vor allem in einem Land, in dem die Autoindustrie an sich die besten Verbrennermotoren der Welt gebaut hat und quasi dazu gezwungen wurde, diese nun abzuschaffen. Ich meine, VW hatte ja schon jetzt riesige Probleme damit. Die Batterieautos sind auch nicht CO2-frei. Das ist ja auch so ein Deep, ich will nicht sagen Fake. Aber wer hat denn behauptet, dass Batterieautos CO2-frei sind? Die sind nur lokal emissionsfrei. Das ist das Einzige und sind ein bisschen leiser. Und ich habe auch nichts gegen Batterieautos. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, die andere etablierte Klasse, die gerade im ländlichen Raum ja absolut zwingend notwendig ist, zu canceln, bevor wir überhaupt auch nur annähernd eine Alternative haben. Wir schaffen die DDR-Verhältnisse wieder. Das ist jetzt so ein Witz aus dem Osten. Aber es ist ja wirklich so. Im Osten mit dem Trabi, da konnte man auch keine 500 Kilometer fahren. Aber das kann ja nicht unser Ernst sein. Ganz klar. Was würden Sie sagen, sind noch so Ihre weiteren Grundpositionen, wo Sie sich ganz klar hinstellen und sagen, das ist unsere Haltung? Maike, sag doch nochmal ein Wort zu den Wölfen. Soll ich nochmal ein Wort zu den Wölfen sagen? Natürlich, tue ich doch gerne. Eins der Probleme, die wir in der Landwirtschaft beziehungsweise im ländlichen Raum haben, ist natürlich die Ausbreitung der Wölfe. Ganz viele Weidetierhalter haben in den letzten Jahren aufgegeben, können ihren Anspruch, Natur- und Artenschutz zu betreiben. Den sie betreiben über Weidetierhaltung. Sie betreiben auch Sicherung unserer Deiche und Alm, was für unseren menschlichen Raum unabdingbar ist. Und auch da ist Europa sozusagen der Schlüssel. Hier muss der Schutzstatus zumindest für den europäischen oder für den deutschen Raum unbedingt gesenkt werden, damit hier ein vernünftiger Bestand reguliert gemanagt werden kann. Also nicht Ausrottung, sondern vernünftiges Management der Wolf-Population, damit unsere Kulturlandschaft, denn das haben wir, wir haben kaum noch Natur, unsere Kulturlandschaft sich auch weiterentwickeln kann und nicht immer weiter eingeschränkt wird. Und ich sage noch zwei ganz... Ja, gerne. Bitte. Entschuldigung. Ich wollte noch zwei andere Themen aufmachen, einfach nur, damit sie genannt werden. Die Migration, das kann nicht so weitergehen. Wir müssen begrenzen und steuern. Und die Energiepolitik ist auch, da ist Deutschland natürlich ein ganz schlimmer Finger. Wir stehen natürlich für die Rehabilitierung der Kernkraft, die ja sowieso in Europa außerhalb von unserem schönen Land fast überall benutzt wird, weil sie benutzt, weil sie Teil des Energiemix sein muss. Energie muss bezahlbar und verlässlich sein. Das steht an erster Stelle und dann brauchen wir einen umweltverträglichen Mix. Und da ist unsere Hurra-Politik mit nochmal zehntausenden Windmühlen in die Landschaft knallen und jetzt auch noch jedes Dach mit irgendwelchen PV. Also das ist nicht nur kopflos, sondern katastrophal. Also wir müssen unbedingt umsteuern in der Energiepolitik, in der Industriepolitik auch. Aber die Energiepolitik steht an erster Stelle an dir. Danke, Herr Dr. Lengsfeld. Auch hier ein klares Statement. Ich möchte das nochmal sagen. Jetzt unten in der Videobeschreibung ist ein Link drin von der Homepage von Aktionsbündnis Demokratie. Dort gehen Sie drauf, die drei Schritte einhalten, ausdrucken, zum Amt gehen, abstempeln lassen und rein in die Post das Ganze heute noch machen. Wer eine wirkliche Veränderung in seiner Zukunft haben möchte, wird jetzt heute tätig. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden. Vielen, vielen Dank. Vielen lieben Dank für die Möglichkeit. Danke. Vielen Dank.